Vielleicht doch nochmal am Ende das Ganze mit dem Remote Desktop. Nochmal als zweites Beispiel. Wir cutten also entsprechend auch hier wieder die Verbindung. Wir lassen ihn aber diesmal hier auf 3389 horchen. Das heißt da, wo auch sein Remote Desktop Server lauscht. Geben wieder das Passwort ein. Und starten jetzt unseren Remote Desktop Client, der lokal ist. Ich nutze dafür Remina, testweise jetzt. Die anderen Programme, die ich gefunden habe, haben irgendwie nicht das versprochene Ergebnis hervorgerufen. Man sieht, ich habe schon mal hier ein paar Dinge. Wir gucken uns mal die Einstellung kurz an. Wenn man sich die anguckt, dann sieht man hier unter SSH direkt die Einstellung SSH Tunnel mit kann man hier direkt einen Port eingeben. Das habe ich auch probiert, aber habe irgendwie nie eine Verbindung hingekriegt. Also wenn ihr dasselbe Problem habt oder wenn ihr auch einen Tunnel machen wollt, dann vergesst einfach diese Einstellung. Die interessieren euch auch gar nicht. Weil aus Sicht dieses Clients verbindet ihr euch ja direkt mit dem Server, also ohne irgendwas dazwischen. Wenn wir jetzt auf einem anderen Port als dem 3389 lauschen wollten, also sagen wir, wir hätten, wir können das mal machen. So, hier Verbindung wieder abgebrochen. Und wir wollen jetzt lokal auf dem Port 9000 lauschen. Deswegen geben wir das hier ein. Das ist der Port, auf dem lokal gelauscht wird. Wieder der ganze Kram. So, und dann haben wir hier unseren Localhost. Und dann geben wir den Port einfach hier direkt so an. Und nicht hier irgendwie mit dem Tunnel. Das machen wir wieder weg hier, sonst geht es nicht. Und dann funktioniert das auch. Tada! Okay, jetzt mal abgesehen davon, dass der Client irgendwie ein bisschen verquer ist, weil er es nicht hinkriegt. Ja, und man sieht, wir sind tatsächlich jetzt auf dem Raspberry Pi über den lokalen Port gegangen. Und so funktioniert das im Grunde genau dann mit dem Remote Desktop. Also hat alles super funktioniert. Hier den ganzen Kram nochmal weg. Das heißt, wir haben das jetzt sowohl mit SSH als auch mit dem Remote Desktop gemacht. Und wir haben außerdem auch mal diesen Port hier geändert, damit man sieht, wie das aussieht. Alles perfekt, oder? Man sollte natürlich noch darauf achten, wenn man hier mit der SSH-Verbindung arbeitet, dass man natürlich hier auch eine entsprechende sichere Verbindung herstellt, wenn es um die Sicherheit geht. Also ich weiß nicht, standardmäßig stand bei mir DES drin, fand ich jetzt nicht so geil. Muss man halt gucken, was man dafür, falls man das sucht, was man dafür einen Cypher verwendet. Boah, das ist schlecht. So, hier sieht es doch schon viel besser aus. Ja. Also wenn man sucht, welchen Verschlüsselungsalgorithmus man haben will für die Verbindung, dann sucht man nach Cypher und nicht Encryption, sonst findet man irgendeinen anderen Kack. Und ja, das war's auch schon.